hallo willkommen bei comic dojo hier ist thomas hier steve ja heute reden wir über die animania nummer 0 ursprünglich also es kam ja nicht wirklich zum kauf zum verkauf voraus sondern nur als wie es ja auch im cover steht nur als promotional copy also es wurde wahrscheinlich nur rausgegeben auf messen um die leute heiß zu machen auf das erste heft es wurde rausgegeben zur zum comics salon erlangen 1994 ich glaube das war nur nur an diesem einen speziellen event wurde die rausgegeben und kostenlos verteilt um ein bisschen werbung zu machen für das animania magazin das dann demnächst erscheinen sollte ich glaube das war im sommer juni ungefähr kam sie glaube ich wurde das verteilt und die eigentliche animania kam dann aber erst im herbst späten herbst zu oktober november raus ja dann wollen wir uns nicht auch weiter auf dem cover aufhalten hier ein bild von dominion tank police von masamone shero das cover wenn ihr ihr zuschauer jetzt denkt dass das unscharf ist ja das cover ist einfach an sich unscharf ist das video ist es das cover meine vermutung ist dass einfach das vhs cover von der britischen version abfotografiert wurde und das einfach als cover verwendet wurde für diese ausgabe aber ja wann halt die anfänge jeder fängt mal klein an die ganzen ja alles was für den druck so notwendig ist muss erst noch erlernt werden die animania reaktion war noch nicht so versiert aber mit der zeit wird das immer besser und eine kleine auflistung was wir darin finden der drin finden werden in der zeitschrift dominion black magic apple sieht ein kleines manga special anime modellbau geiver und ein double feature ein mysteriöses double feature genau hier sind wir wollen hier nur kurz über dieses durch dieses heft gehen das ist wie so eine lese wie so eine art leseprobe der nummer eins deswegen wenn euch der inhalt der artikel interessiert guckt euch das video an zu der nummer eins da gehen wir noch mal nämlich genauer auf das alles ein wir wollen hier nur damit wir es ein bisschen vollständiger haben hier noch mal die nummer 0 zeigen die ja nur zu dieser zu den messen rausgegeben wurde und daher auch ziemlich selten ist also es nicht so dass man einfach ins internet geht und man wird ja beworfen mit dieser nummer 0 es war recht schwer die zu kriegen ich habe die im nachhinein erst vor kurzem erworben und man kriegt sie wirklich sehr sehr selten ich weiß nicht in welcher auflage die damals rausgegeben worden ist aber ich nehme an dass es nur wenige hunderte vielleicht ein paar tausend exemplare gibt und da das mittlerweile auch schon wieder ja über 25 jahre fast 27 jahre her ist nämlich an dass die meisten exemplare mittlerweile auch schon wieder vernichtet worden sind irgendwo in müll gelandet sind was ganz interessantes ist hier im editorial da wird kurz erwähnt was hier die mission der animal ja ist und das ist kurz zusammengefasst geht es darum dass ja die die trends aus amerika kamen und ende mitte der 80er begann begann es dass sachen aus japan übergeschwappt sind das heißt videospiele animes mangas etc und in deutschland wurde das ganze ein bisschen verzögert die animes und mangas die kamen eher so anfang der 90er so langsam bei uns raus ja das den stein ins rollen gebracht wie es hier so schön steht hat damals akira 1987 der der erste anime war der weltweit im kino lief und dank der extrem hohen produktionsstandards von akira ja für sehr viel aufsehen gesorgt hat und das war halt ein zeichnstück film der nicht wie die disney filme an kinder gerichtet war sondern eher an erwachsene und das war was was es vorher so selten ich will nicht sagen nie aber sehr selten gegeben hat vor allem mit so hohen produktionswerten es gab vorher zwar auch zeichentrickfilme die an erwachsene gerichtet waren wie zum beispiel den heavy metal animationsfilm oder die filme von ralf bakshi aber die waren alle ja wie soll man sagen vielleicht einfach nicht so nicht so aufwendig wie akira akira wirklich was ganz besonderes und ich denke dass die zielgruppe von akira auch so leute waren die das schwermetall bzw heavy metal magazin gelesen haben ältere comic leser die ich sag mal mitte zwanzig aufwärts waren die nicht kein interesse mehr hatten an den comics und zeichentrickfilmen für für kinder die was neues wollten etwas mit mehr mehr gewalt mehr erwachsene erwachsenen themen ja und da kam akira genau zur richtigen zeit und nach akira folgten zahlreiche andere produktionen dann geht es auch direkt weiter hier zu der news seite die hier noch mal kurz darauf eingehen will hier geht es nämlich darum um eine messe um die ects das ist eine europäische fachmesse für video und computerspiel hardware und software und manga entertainment limited die sehr viele anime titel in europa veröffentlicht hat und immer noch besteht war auf dieser messe und ich finde es einfach so verrückt weil hier geht es nicht mal um eine anime messe es geht hier um eine ja eine fachmesse für video und computerspiele ist es nicht das war noch vor der ganzen zeit der conventions und ja und im selben zug hat sich der londoner anime club dann getroffen in diesem ganzen artikel geht es eigentlich nur darum dass sich ein paar leute getroffen haben in einem pub um um über animes zu quatschen aber was ich interessant finde ist dass dabei auch helen mccarthy war die sehr viele sehr viele anime nachschlage werke geschrieben hat im nachhinein und ja eigentlich wenn man sich wirklich mit der materie auseinandersetzt und sich ja lesematerial darüber kaufen will dann wird man früher oder spät auf ihren namen stoßen ich habe jetzt hier zum beispiel von ihr ein enormes buch das ja das ist so enorm dass es nicht mal ins bild dass er die art of osamu tezuka god of manga ein unglaubliches buch was man auf jeden fall besitzen sollte wenn man ja sich mit mangas aber auch generell mit osamu tezuka und ja an dem ganzen kram auseinandersetzen und ja ich denke das buch also generell ich denke wir werden auch in zukunft ein paar tezuka videos machen weil osamu tezuka die leute ihn nicht kennen im grunde der ja er wird ja immer als world disney der manga szene und der animations szene genannt aber ich finde er ist so viel mehr eigentlich wenn man sich mit seinem werk auseinandersetzt aber das das wird ein anderes mal ich wollte nur mal kurz zeigen helen mccarthy hat das buch hier geschrieben mega gutes buch sie hat auch noch weitere nachschlage werke geschrieben thomas wie hießen die noch mal sie hat zahlreiche bücher geschrieben sie hat ein kleines buch über die geschichte des mangas geschrieben sie hat die enzyklopädie eine enzyklopädie über animes geschrieben und also sie ist eigentlich die autorin wenn man sich damit mit dem thema mit dem thema anime und manga auseinandersetzen will dann kommt man nicht drum rum ihre werke zu lesen sind sehr ausführlich sehr gut geschrieben sind eigentlich mit unter die besten bücher die man dazu finden kann man sehr zu empfehlen wer sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen will sollte sich ihre bücher zulegen genau absolut ja so ja dann gehen wir noch mal weiter im programm hier genau also hier artikel über masomone shiro aber ja in der nummer in dem video zu nummer eins gehen wir viel näher auf diese artikel ein und eigentlich ja was wir auch schon bei der nummer eins gesagt haben die meisten artikel bestehen nur aus ja aus zusammenfassung der handlung der einzelnen animes und ja ich kann mir nur vorstellen wie also hätte ich das früher alles gelesen wahrscheinlich wahrscheinlich genervt gewesen weil ich weil man liest sich die inhaltsangaben hier durch und dann sagen sie noch zum schluss ja aber es kostet 100 day mark um sich den kram irgendwie zu bestellen und ja die kohle hat kein mensch früher gehabt und zudem steht meistens noch dabei ist es eh schon ausverkauft und es ist schon ausverkauft man ärgert sich einfach nur die ganze zeit während man sich dieses heftig ließ man kriegt es in unserem land hier nicht und wenn man sich importieren will dann kann man es vergessen weil es immer zu teuer ist oder ausverkauft schon frustrierend man wird hier heiß gemacht auf die sachen man will das alles sehen und gucken und lesen aber ja es scheint irgendwie aussichtslos wobei es auch gar nicht meistens gar nicht so wild ist es gab eigentlich über mittel und wege irgendwelche sachen ranzukommen aber es wird einfach das gefühl vermittelt lass es lieber ganz ich glaube der artikel ist in der nummer eins ein bisschen ausführlicher und dieses bild ist in der nummer eins dann weggefallen was komisch ist weil hier geht es in dem artikel um den anime und das einzige bild vom anime haben sie dann doch rausgeschmissen komische entscheidung aber okay genau nur damit ihr es hier noch mal sieht als so eine art ja artefakt der zeit die nummer null von der animania hier die rückseite ist anders als bei der nummer eins hier geht es um und den verkaufsstart der animania hier sagen sie 25 juli aus welchen gründen auch immer erschien da die nummer eins aber erst im oktober november ja und genau hier ein paar abo infos also die horrenden preise vier ausgaben inklusive porto für 37 90 d mark ja für die leute die nur die euro währung kennen das wäre heutzutage so um die 18 euro das geht eigentlich aber was heutzutage wäre es wahrscheinlich mit 38 euro wahrscheinlich ja aber die animale war schon recht teuer ich erinnere mich daran ist es hat schon ordentlich am im geldbeutel geschmerzt sich eine animale zu kaufen weil man für das geld auch meistens zwei mangas kaufen konnte oder einen halben anime das stimmt ja das sollte man dann immer das war auch dann immer meine überlegung beim abwägen ob man sich wirklich kaufen sollte oder nicht aber was die was war jetzt eigentlich das double feature das double feature ist hier auf dem cover erwähnt wird hier in der inhaltsangabe steht gar nicht die meinen wahrscheinlich dass real trash feature das kann artikel über die filme bis sonst ich glaube es geht wirklich um die ja das ist aber auch kein double feature also verarschung pur hier bei der nummer 0 aber ja es war kostenlos leute wenn euch die videos gefallen dann liked subscribt den ganzen kram und wir werden auf jeden fall noch viel mehr videos machen nicht nur über die animale ja auch über andere manga cars und mangas und comics generell wir beide sind auch comic zeichner meine sachen könnt ihr auf instagram unter steve unterstrich zu zahlik die links natürlich auch alle unter dem video verlinkt da könnt ihr euch auch meine comics und illustrationen angucken und ja auch unter steve zahlik.com thomas wo gibt es dein kram thomas minus leute zahlik.com ist meine homepage und thomas leute zahlik auf instagram beziehungsweise thomas unterstrich leute zahlik auf instagram eine sache will ich noch erwähnen ja die nummer 0 war für mich immer ein mysterium ich habe alle anderen ausgaben habe ich gelesen aber die nummer 0 habe ich erst vor kurzem gekriegt als letztes praktisch und für mich war das immer eine mysteriöse ausgabe was ist in dieser nummer 0 drin und das ist wenn man die anderen ausgaben schon hat und dann einen haufen geld ausgibt um sich online die nummer 0 zu kaufen ist man doch ein bisschen enttäuscht dass das nur eine leseprobe sehr unspektakulär also für alle diejenigen die sich immer gefragt haben was ist in dieser nummer 0 spektakulär ist drin ihr habt jetzt gesehen das sind eigentlich nur artikel die auch in der nummer 1 drin sind nur mit dem unterschied dass die artikel hier noch nicht ganz fertig sind beziehungsweise teilweise ein bisschen fehlerhaft es gibt diesen einen diesen einen artikel der umschreibt anime begrifflichkeiten hier die anime basics und da steht bei sd super deformt eine bezeichnung für weniger niedliche als viel mehr gigantische und böse charaktere ja das ist nicht ganz richtig also eigentlich genau das gegenteil das sind eigentlich super verniedlichte kleine geschrumpfte charaktere und auch generell in den ganzen artikeln sind hier und da einige fehler die sie dann in der richtigen ersten ausgabe der animania ausgemerzt haben und korrigiert haben ist ganz interessant als kleines relikt aus der zeit wer ein super sammler ist so wie ich der will das natürlich haben aber für alle jenigen die nur interesse haben an den artikeln für die gibt es hier eigentlich nichts die können eigentlich bei der animale nummer eins bleiben das wollte ich noch erwähnen ja dann ist damit alles gesagt und ja bis zum nächsten mal adios bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal